Urlaubskleidung Lucy ist im Kaufhaus. Sie sieht Lilly. Hallo, Entschuldigung. Ich brauche neue Kleidung. Für meinen Urlaub in Frankreich. Urlaub. Cool. Ich brauche ein Kleid. Hier, ein Kleid. Kein schwarzes Kleid. Frankreich ist heiß. Ich brauche ein weißes Kleid. Hier, ein weißes Kleid. Und ich brauche Schuhe. Und ich brauche Schuhe. Hier, Schuhe. Keine Flips-Flips. Elegante schwarze Schuhe. Natürlich. Elegante schwarze Schuhe. Okay, ein Kleid. Ein Kleid. Schuhe. Ein Hut. Ich brauche natürlich einen Hut. Hier, ein Hut. Nein, der Hut ist zu klein. Ich brauche einen. Großen Hut. Und hier, ein großer Hut. Das ist perfekt. Danke. Frankreich, ich komme. Und ich brauche jetzt auch Urlaub. Und ich brauche jetzt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.